Hallo zusammen, mich ist wieder, heute Morgen, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute also ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar große Kopfgeldbelohnungen, das sind die Raid Kisten aus der Garnision und da will ich wieder ein paar aufmachen, insgesamt 30 Stück und zwei habe ich hier schon einmal mit Main im Inventar liegen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Als allererstes schauen wir vielleicht nur, wo wir aktuell stehen. Ich brauche aktuell noch 19 Items und das sind, wie ihr seht, alle möglichen Klassen. Also da ist noch alles dabei und ja, mal hoffen, dass die richtigen Slots rauskommen. Es können, soweit ich weiß, alle Slots rauskommen. Ich brauche aber eigentlich immer nur Schuhe, Gürtel, Umhang und Handgelenke, also quasi die Off-Slots, die nicht in den Quantum-Items drin waren. Darüber habe ich nämlich den ganzen Rest schon zusammengefarmt und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein, was so drin ist. Erstes Ding ist natürlich ein Trinket drin und ich bin ja mal überlegen, obwohl das, wenn man es umwandelt, ist sogar mehr wert. Okay, das zweite haben wir, obwohl noch ein Trinket wollte mich rollen. Ja gut, also die beiden ersten Kisten waren schon mal gar nichts. So, der nächste Char ist nochmal ein Dritt. Jetzt gucken wir mal, wie es an der Lederfront aussieht. Und da haben wir einmal Handgelenke, aber welche, die ich schon fertig habe, so wie es aussieht. Schade. Schade, schade, schade. Und in der zweiten haben wir Hosen drin und die brauche ich auch nicht. Jetzt gucken wir mal, schon mal die Handgelenke sind schon weniger wert. Die Hosen sind mehr wert, also die kleinen Items lohnen sich, glaube ich, da nicht umzuwandeln, wenn ich sie kriege. Naja gut, das war schon mal nichts an der Stelle. Als nächstes haben wir dann einen Evoker, heißt ein bisschen Kettengear. Und, oh, da ist ein Umhang. Ja gut, da brauche ich nichts umwandeln. Evoker kriegt in jedem Speck quasi, ja, das Heal- bzw. Range-Ding. Immer schön mit Int drauf. Jetzt schauen wir mal. Wunderbar, schon mal den ersten. Und dann gucken wir mal, was hier noch so schönes drin ist. Okay, eine Brust, die brauche ich nicht. Die wandeln wir mal um. Mal gucken, was wir Schickes rauskriegen. Ja, zumindest ist es sieben Gold wert. Aber jetzt haben wir schon mal das erste Teil, das freut mich doch schon mal. Dann haben wir als nächstes hier den Hexenmeister für ein bisschen Stoffgier. Schauen wir mal rein. Okay, das ist ein Hals. Lass mich raten, das ist auch weniger wert, wenn ich es umwandle. Ja. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Sack. Und das ist ein Kopf. Der dürfte aber mehr wert sein, schätze ich mal. Ah, na gut. Eigentlich kann ich es immer für 5 Gold verkaufen. Viel kommt da ehrlich gesagt nicht rum, wenn ich es eh für T-Mog nicht mehr benötige. Als nächstes haben wir dann noch einen Hexenmeister. Gucken wir mal rein. Oh, wir haben wieder ein Trinket. Und was haben wir hier? Ein Schwert. Ich gucke mal, was das Schwert hier, beziehungsweise der Waffenslot wert ist. Wait. 23 Silber? Na gut, das war jetzt auf jeden Fall ein Scam. Das hätten wir mal lieber nicht umgewandelt. Ja gut. Okay, das war eine doppelte Nullnummer. Als nächstes haben wir einen Hunter. Schauen wir mal. Uh, was haben wir hier? Einen Kopf und Schuhe. Moment, brauche ich die noch? Ne, ich brauche anscheinend nur noch die Plattenschuhe. Schade. Schade, schade, schade. Wandeln wir mal was um. Na, das ist ein bisschen über 5 Gold. Das ist auch... Ja gut, das lohnt sich fast nicht, ne? Ich dachte halt zumindest die Waffe, ne? Dass die ein bisschen mehr wert ist. Aber das war ja gerade eine komplette Nullnummer. So, dann haben wir hier noch einen Mage. Da geben wir jetzt noch fix die Quest ab. Und dann haben wir auch wieder zwei Kisten. Numero Uno. Nochmal einen Kopf. Und Schuhe. Ach komm, jetzt habe ich hier nochmal die Stoffschuhe. Bitte, die brauche ich natürlich auch nicht. Schade. Ah, als nächstes haben wir dann einen Priest am Start. Jetzt gucken wir mal. Und wir haben mal wieder eine Halskette. Ripp. Und in der zweiten Kiste einen Rigen. Ach ja. Ich hoffe, beim nächsten Schar sieht es ein bisschen besser aus. Das können wir direkt weghauen, das Zeug. Dann haben wir den Hunter. Hm, ebenfalls ein Hals. Und eine Waffe. Das können wir beides auch nicht gebrauchen. Hauen wir auch gleich mal weg. So, dann haben wir den Worry. Jetzt hoffen wir mal, dass ich hier ein bisschen mehr Glück habe. Komm, gib mir was Gutes. Schuhe. Oh, das sind die, die ich brauche. Tatsächlich. Wunderbar. Sehr schön. Und, was haben wir hier noch Schickes drin? Einen Gürtel. Ah, schade. Schade, schade. Da habe ich leider eine Platte schon. Aber prinzipiell würde ich das Item brauchen. Beauty, aber zumindest schon mal die Schuhe. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Evoker hier am Start. Mal gucken, ob wir ein bisschen schickes Kettengear rauskriegen. Da haben wir einen Umhang. Ah, ja gut. Den würde ich brauchen, aber anscheinend mit, wenn dann Aggie oder mit einem Stärke-Char. Ja, also das bringt jetzt leider nichts. Schauen wir mal den zweiten noch an. Uh, einen Gürtel. Uh, den Gürtel kann ich sogar noch brauchen. Jetzt haben wir aber Luck hier. Komm, gib mir den richtigen Gürtel. Wunderbar. Da haben wir das Kettenteil auch noch. Als nächstes haben wir dann noch einen Magier. Jetzt schauen wir mal rein. Nummer uno. Ein Gürtel. Uh, genau den brauche ich ja. Perfekt. Jetzt läuft es aber. Gut, hätten wir den auch weg. Und dann haben wir noch die zweite Kiste. Schuhe. Ah, die habe ich schon fertig. Okay. Gut, so viel dazu. Aber zumindest schon mal wieder ein Item mehr. Dann haben wir hier noch einen Monk. Bisschen Ledergier. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir einen Ring und einen Rücken. Ah, das hatten wir vorher schon mal, ne? Aber Monk kann auch nur Leder und Stoff kriegen. Und das scheint dann wohl ein Stärke-Rücken zu sein. Also, da sieht es leider schlecht für mich aus. Schade, schade. Dann haben wir jetzt hier noch einen Priester. Und dann gucken wir mal, was wir da Schickes haben. Eine Waffe und einen Ring. Okay, das bringt mir leider nichts. So, dola. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Char. Das müsste Char Nummer 15 sein. Wir haben jetzt ja immer quasi zwei Kisten aufgemacht, um dann auf die 30 zu kommen. Dann würde ich sagen, schauen wir hier nochmal rein. Also, dann haben wir hier einmal Schultern. Und was haben wir hier noch? Eine Hose. Schade. Beides Grandiose. Weil das Ding ist, ich glaube, ich habe jetzt hauptsächlich die grandiosen Teile gekriegt. Und die sind jetzt bis auf den Umhang fertig. Jetzt brauche ich noch die Formidablen. Und zwar sind da noch alle Slots über. Ich bin mich langsam am fragen, ob die vielleicht nur aus der anderen Raid-Instanz rauskommen. Denn ich laufe ja jetzt hier immer High Mall. Eventuell muss ich da Blackrock Foundry laufen. Aber das muss ich mal noch erörtern. Eventuell hat das damit zu tun. Oder ich habe halt einfach Pech und es ist random. Gut, dann sind wir durch. Ein paar Teile haben wir gekriegt. Endstand ist, dass wir jetzt noch 15 Items brauchen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Opening wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.